Ein Lippenlifting wird bei der gealterten Lippe eingesetzt. Das ist eine Technik, die leider in Deutschland nicht häufig durchgeführt wird, die aber sehr kraftvoll ist. Beim Altern wird die Distanz zwischen Nase und Oberlippe einfach länger und die Oberlippe stülpt sich immer mehr ein, sodass wir kein Lippenrot mehr sehen. Und hier setzt man dann oft an und möchte die Oberlippe volumisieren, indem man dann zum Beispiel Hyaluronsäure, sprich Filler, verwendet, um die Oberlippe zu volumisieren. Aber ein Lippenlift reduziert die erschlaffte Haut im Bereich der Oberlippe und führt zu einer natürlichen Repositionierung der Oberlippe und hat ein viel schöneres Ergebnis und langfristig vor allem. Sie sollten zu uns kommen, einfach weil wir die Sachen, die wir machen, oft tun und einen großen Erfahrungsschatz haben. Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie!